so ein arschloch wo ist deine keule gibt die her die will ich achten hier ist noch einer direkt an unserem baumhaus du rennst ja direkt darauf zu ich habe gewartet bis der und da kommt wieder einer rechts von archie aber gut zu wissen dass die sich auch gegenseitig wenn wenn leichen herumliegen dann kommen die hin und fangen an die zu essen hier ist er doch noch erwischt das sieht ja aus wie er hier der leichenberg und der eine typ der hier so halb noch steht und nur noch der torso steht ja ja eigentlich ja die kommen einfach her und machen hier alles kaputt diese ja es geht ja so nicht mistkerle elende mistkerle ach so deswegen brauchen wir ja hier unser tracer den kollektor kommen wir denn ja ich auch ja wir gehen jetzt dann mal noch zum brever am besten wollen wir nicht vorher noch mal kurz speichern erst kommen erst mit ok und hol dir das das atemgerät hier ach du bist hier am hacken stimmt das war die ecke wo ich gebaut habe auch mein atemgerät ok alles klar haben war aber nicht von uns oder was wenn dieses dingens hier der hier ja keine ahnung keine ahnung letztes mal waren da überall haie und ich hatte ganz arg angst glaube das wird jetzt wieder so sein um ehrlich zu sein dass der haie sind oder so angst hast beides wenn wirklich sehr 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 ungern in spielen das sieht ja hier aus das gibt sie ich habe gesehen es gibt ein spiel das handelt nur von solchen geschichten ja deswegen werde ich das auch in meinem leben spielen das ist ja das ist für ganz furchtbar ich weiß nicht ich merke das überhaupt nicht man ist so allem ausgeliefert verstehe ok 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 ich muss reparieren alles klar ich sehe zwar gar keinen hai aber ich will nicht ins wasser ach so sollten wir dir folgen jetzt ich wollte die axt hier holen aber ich traue mich einfach nicht ins wasser zu gehen na warte wir kommen mal mit dazu obwohl ich es besser fände erst mal zu speichern wie seht ihr ja gar nicht die ich sehe ja wie gesagt ich fände es besser wenn wir dann vielleicht erstmal speichern würden das wird immer ruckeliger hier ich sehe da hinten liegen noch zwei baumstämme oh hier stehen ja noch ein paar freunde ich wollte gerade zu atropos wo 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 direkt hier den hügel hoch ok habe ich da oben gerade eingesehen wirklich wo ist dann nicht wasser da kommen erst mal passiert ja ist ja gut ich weiß mir passiert es laufend gerade sie kommen kommen wir gehen wir gehen ja kommt wir gehen aufs baum ins baum haus wir müssen halt nur aufpassen dass wir nicht unser zeug kaputt machen sieht man von diesem ding natürlich schlecht der leichenberg da unten wir können auch mal gucken und das kann man nämlich glaube ich oh hier kommt mir einer entgegen hallo ich gehe wieder runter ich glaube die machen alles kaputt okay da hilfe die hilfe hauen mich war da ist er und noch einer die hilfe ich denn mit e jemand hat mir geholfen ach so ok sorry ups ja guck mal der ist gefangen der ist echt gefangen der kommt doch nicht mehr raus ja so geht es so kann es gehen ja also trifft man ihn ja lass doch dann haben wir ein haustier ok ach er lebt noch ja sorry ich wollte eigentlich nur ein paar von seinen zähnen ausschlagen du kannst es hier wer ist denn da so weit weggeflogen eben ich eben aber zum glück weit und nicht hoch du kannst da den den tree sap ernten wenn du willst in dem topf ich bin schon tot wieder er hat mich geharrt wie ich immer nur so ein scheiß stock dann in der hand hat wenn ich aufwache der geht die ganze zeit nur auf mich los wie soll denn das da hinten ist auch nur einer ich packe ihn mal auf den leichenberg alle wieder alle wieder fit hast du schon geerntet nee ich habe ja noch nichts geerntet hier mal zum topf dann kannst du dir rausholen und da müsste eigentlich was drin sein ok und was habe ich da jetzt der tree sap damit kannst du dann die gebäude reparieren wenn die draufhauen dann kommt da ein symbol und dann kann man es reparieren damit ja bisher ging es auch komischerweise ohne da war dann immer so ein symbol und dann habe ich auf e gedrückt und dann ging es so ich bin für gemeinschaftliches speichern ich speichern nicht weil es speichert sich ja eh nur das inventar und hab nichts wirklich ja den rebriever aber wenn wir in die höhle gehen ist egal habe ich ja eben irgendjemandes essen gegessen meins ist noch drin gut also ich speicher jetzt ja noch drauf ok ok da kommt schon wieder was haben wir hier vielleicht in der nähe von dem dorf gebaut ne hier ist eine höhle wo stimmt richtig ja nicht so schlimm aber gut wir haben dann auch irgendwann eingestellt dass die ihn hauptsächlich nachts kommen ach da ist ja schon einer wo ist denn der hin der hüpft hier den unserem baum hoch unser baumhaus wo ist mein fisch du meinst den typen hier hat jetzt jemand meinen fisch gegessen aus Versehen ich wollte den fuß essen sorry hinter der fuß ist auch weg den habe ich ja auch noch gegessen ich habe mich dann geheilt ich lege dir noch einen fisch rein der atmet noch hier gibt es keinen doch hier gibt es fische ich kann auch welche noch fangen das meine ich habe eins reingelegt ok danke aber für die höhle dann da müssen wir was zu essen haben ich upgrade gerade meine axt noch mit zähnen letztes mal gab es hier übrigens keine fische drin da waren in keinem teich fische deswegen ist das jetzt ganz cool fischi fischi komm her ich habe schon wild jetzt bin ich bin wieder da habe ich jetzt gegessen ja ich glaube schon da ist schon wieder einer ruckliger jetzt oh oh schatz alles ok da sind drei bei dir ja ja soweit ups ja und ich kriege wieder sofort eins abgeräumt frank du brennst ja ja ich weiß geh ins wasser du brennst wo worden die frau eben habe ich die erwischt hier ich glaube ja die liegt dir zu füßen guck mal so eine wirkung hast du auf frauen ja die lebt noch immer weg der ich schlag nochmal zu problem ist es ist inzwischen so rück ruckelig dass ich einfach fast nicht mehr spielen kann ok ja gut dann speicher du nochmal ich habe ja gerade gespeichert ja gut ich speicher halt auch nochmal also ich speicher halt auch mal ach ne feuer ach ne feuer jetzt wieso alle mal brennt ja ich bin hier glaube ich irgendwie mit einem halben frame pro 10 sekunden unterwegs oder so ok dann gehen wir mal noch raus ich werde auch nochmal speichern ich werde auch nochmal speichern machen wir es uns beim baumhaus bequem kurz ja 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 ja